Das würde so... Ne, das reicht nicht. Ach doch, wenn ich das eine dann noch unternehme. Ja, wir müssen die beiden die Plätze tauschen, da wäre das viel einfacher. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Okay, das bringt nichts. Das war sowieso falsch, weil ich damit hoch muss. Was mir aber auch jetzt gerade nichts bringt. Das ist irgendwie so rum. Nein, da hatte ich das jetzt falsch gemacht. Hm. Hm. Okay. 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 Vielen Dank. Oh Gott, was ist denn das? Was soll ich denn das da runterkriegen? Was ist denn das? Was soll ich denn das? Was soll ich denn das? Was soll ich denn das? Ah, so könnte... Das bringt mir jetzt auch gerade gar nichts. So, schon eher. Kann ich aber hier nicht... Och, Mann! Das ist jetzt wirklich sehr nervig. Ach, was mache ich denn da? Ja, das ist so... Ach, was soll ich denn das? 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 Okay. Warum muss die Kette da auch so lang sein? Es ist nicht weit genug, dass ich das ganz wegkriege. Da bringt es mir nichts, weil mir ist da alles blockiert. Das ist nicht weit genug, dass ich das ganz wegkriege. Und wenn ich das jetzt versuche, so von hinten rum... Ach du meine Güte, ich habe es geschafft. Ich bin so ein Held. Was kann ich jetzt mit dem Kabel machen? Was ist das denn jetzt? Kann ich auch irgendwas? Nee. Aber ich darf zumindest die Bände und so berühren. Das ist ja schon mal... Ach, das ist so ein Heilding. Denke ich mir mal. Da ist der Schlüssel. Ey, ich bin gleich richtig gelaufen. Ich bin so toll. Ach, wie süß. Ich habe den in der Hand. Ach, das ist doch goldig. Jetzt muss ich bloß noch... Ah, dass noch wieder heil zurückkommen. Dann kann ich mir scheinbar die Waffe holen und muss dann alle ausmerzen. 32 Stück, das ist eine ganze Menge. Jetzt bin ich wieder hier, okay. Ja, allerdings geht das nicht. Nicht schade. Da hinten war ja Sackgasse. Ah, es stimmt gar nicht noch da hoch. Mit dem Ziel ist es ein bisschen blöd. So ein Heilding. Ich glaube, eins habe ich jetzt verloren. Hehehe. Nein, das brauche ich noch nicht. Dass immer nur eins heilt. Ah, gibt da noch verschiedene Stärken. So viele noch. Aber weil er nicht schräg schießen kann, das ist so ein bisschen... ein bisschen doof. Ich muss sagen, die Musik nervt mich ein bisschen. Das geht ja auch eigentlich ganz fix. Das ist halt immer nur eins. Ach, Mist. Mist. Den ganzen Kram jetzt nochmal machen. Das packt doch nicht wieder alles ein, du Idiot. Als weiß ich, dass ich gleich hier runter kann. Oder das ist jetzt mal der etwas gefährlichere Weg ist. Und die Steuerung gefällt mir irgendwie nicht so. Das packt doch auf die Mitte. hits. Also okay. Vielen Dank.